Was ist das Restaurant La Rotonda bei uns in der Langasse? Das war das Restaurant La Rotonda bei uns in der Langasse, aber das ist gleich Anfang September zugegangen. Das ist eine schöne Bergsteigerin. Ich habe sicher auch die Joints geraucht, aber das sieht man jetzt überhaupt nicht mehr. Den Erfahrungen gehört. Oh, keine Ahnung. Also ich bin nicht in dem Sinne Weinkennerin, Weinspezialistin. Ich habe sicher ein paar Flaschen Wein. 1600 Franken. Und das finde ich auch manchmal, in dem Sinne kann ich es nicht sagen. Es gibt Bücher, die ich sehr gerne habe. Die sind von verschiedenen Schriftstellern. Die Bischöse wissen, dass das Buch Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans von Erich Schmitt. Oh, das sind sicher auch Diktatoren, die es gegeben hat. Weil ich finde, die Diktatur ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Jetzt geht es so. In Europa. Also der Blickwinkel in Europa ist sicher, dass der Hitler, wo ich denke. Das war wirklich schlimm für die Geschichte von Europa. Und ich hoffe wirklich, dass so etwas nie mehr passiert. Ich weiss nicht. Das kommt sehr zufach. Ich will einen Zusammenhang nicht fluchen vielleicht, wenn ich für mich alleine etwas anders will, als wenn die Leute sonst noch hören. Das ist sicherlich. Einmal richtig. Und wir wissen, was es steht da? Und ich weiß, was ich warte. Wenn ich ja und ich sage, was ich auch hier Marke. Wir sehen uns das. Vielen Dank.